Du hast festgestellt, wie gut sich Vergebung anfühlt. Geh auch jetzt noch mal in dieses wunderbare Gefühl von Vergebung. Fühle das richtig vor dem Kopf des Fuß. Du hast schon festgestellt, wie befreit sich es anfühlen kann, zu vergeben. Denn Vergeben, das hat mit dir zu tun. Gar nicht so mit der Person, der du vergeben möchtest oder solltest. Um deinen inneren Frieden wiederzufinden. Um deine quälten Gedanken endlich loszuwerden. Diese belastenden Gedanken endlich loslassen zu können. All das ist möglich, weil du auch hier in der Hypnose jetzt die Erfahrung gemacht hast, dass du es wirklich kannst, dass du vergeben kannst. Dass du wirklich von innen heraus bereit dazu bist, zu vergeben. Und hier auch noch mal ganz wichtig. Vergeben bedeutet, dass du es für dich innerlich loslässt. Dass es dich nicht mehr belasten kann, dich nicht mehr beschweren kann oder dich einschränkt in deiner Gegenwart. Du hast gesagt, dass du zuvor sehr viele quälige Gedanken hattest. Und besonders, wenn du zur Ruhe kamst, kamen diese Gedanken. Du wirst feststellen, wenn du jetzt zur Ruhe kommst, dass wunderbare, positive Gedanken kommen. Und dass du auch endlich mal wirklich zur Ruhe kommen kannst. Denn wenn du zur Ruhe kommst und quälende Gedanken folgen, so wie es bei deinem früheren Ich der Fall war, dann ist das keine wirkliche innere Entspannung in der Phase, in der du eigentlich entspannen möchtest. Geh nochmal in dieses wunderbare Gefühl der Vergebung und fühle das wirklich von Kopf bis Fuß. Vergeben hat mit dir zu tun. Nur mit dir. In erster Linie. In erster Linie. Denn diese quälenden Gedanken, die waren in dir, in deinem Kopf waren die. Die haben dich belastet und beschwert. Die haben dazu geführt, dass du tagsüber, wann immer du zur Ruhe kommst, die sofort diese Gedanken kamen. Und die haben dich auch vor dem Einschlafen gequält. Davon hast du dich endgültig befreit. Fühle nochmal, wie gut sich das anfühlt. Und du hast auch schon festgestellt, hast du gesagt, dass diese positiven Gedanken jetzt immer weiter zunehmen. Es ist auch ein wunderschöner Prozess, denn du wirst feststellen, dass diese positiven Gedanken jetzt immer mehr und mehr werden. Die negativen immer weniger. Und irgendwann wirst du feststellen, dass du schon seit einigen Wochen überhaupt nicht mehr an diese belastende Situation gedacht hast. Vielleicht wunderst du dich, warum du dann schon so lange nicht mehr daran denken musstest. Und vergeben heißt auch nicht vergessen. Du kannst dich sehr wohl noch daran erinnern, was vorgefallen ist, aber es macht nichts mehr mit dir in deinem Inneren. Vergeben heißt auch nicht, dass du ab sofort alles mit dir machen lassen sollst. Nein, ganz im Gegenteil. Du wirst jetzt nochmal dir deine Grenzen anschauen. Das ist nur für dich. Wir müssen nicht sprechen. Beobachte ganz genau, wo die Grenzen liegen. Beobachte und definiere diese Grenzen für deine Zukunft. Und vergeben heißt nicht, dass du in Zukunft jedem immer sofort alles durchgehen lassen musst, vergeben sollst. Nein, das ist es nicht. Die Vergebung hier, die hat mit einer Situation aus der Vergangenheit zu tun. Die Situation, die du nicht mehr ändern kannst, die dich belastet hat, aber damit ist jetzt Schluss, denn du konntest es endlich verarbeiten. Endlich loslassen. Fühle in dieses wunderbare Gefühl der Vergebung. Und beschreibe jetzt mal, wie du dich gerade fühlst. Spricht das hier mal laut aus? Die Augen können geschlossen bleiben. Ich fühle mich schwer los. Ich habe keine Gedanke. Ich habe nur meinen Traumwort in Verhebung im Kopf. Ein gutes Gefühl, oder? Ja. Dann schau dir nochmal die Situation an, wegen der du hier zur Hypnose gekommen bist. Beobachte das nochmal und fühle jetzt mal, was es mit dir macht. Wie geht es dir dabei, wenn du jetzt auf die Situation zurückblickst? Es macht mich nicht mehr zornig. Es ist traumlos für mich. Ich kann es jederzeit herrschen. Wunderbar, oder? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020